Hallo meine Lieben, hallo liebe Schützen, heute erfahrt ihr, wie es bei euch um die Liebe bestellt ist. So hört, das Sternzeichen Schütze steht momentan unter Druck und diesen Druck muss er unbedingt vergessen, denn deine Liebe wird wieder aufblühen, sie wird sich neu entfalten und was dir früher so zugesetzt hat, vergiss was war. Ein neues Liebesglück kommt, denn Venus ist an deiner Seite. Und dann genieße, was auf dich zukommt und halte es fest, den Menschen, deine neue Liebe. Ein gutes Verstehen breitet sich liebevoll aus, ein neues Glücksgefühl und du wirst dich wohl und glücklich fühlen. Traumhaft verstärkt sich, dass in diesen Monaten und Venus setzt euch auf die Wolke eurer Liebe. Wenn du jetzt alleine bist, wirst du erst nicht mehr lange bleiben. Geh hinaus ins Leben, in Konzerte oder andere Veranstaltungen und du wirst neue Menschen kennenlernen, denn du wirst von der Venus begleitet. Halte die Augen offen und präsentiere dich in zurückhaltender Offenheit. Das beschwingt dein Herz, sehnsuchtsvoll und positiv für neue Chancen. Gebt nicht auf, wenn das nicht gleich passiert, sondern sei einfach nur bereit. Bereit für die neue Liebe. Sie kommt auf jeden Fall. Du wirst es erleben. Das wünsche ich euch herzlichst, eure Deria.